Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Darfels. Heute gibt es eine neue Folge The Forest mit der Flamysius. Hallo! Was wir eigentlich die letzte Folge gemacht? Aber möchte ich mal erklären. Wir waren in der Höhle. Die letzte Folge ist erst 20 Tage her. Ja, Mann. Wo ist das? Übrigens, ich hab grad unser Fleischberat benutzt. Gut, ich sag mal jetzt wieder Holz. Oder möchtest du in der Höhle? Nein, nein. Ich geh mal wieder Fleisch übertreiben. Machen wir das. Ist okay, dann holst du Fleisch. Alter, es fängt mal richtig krass an zu regeln. Das ist ein halber Sturm. Alter, ich sag dir was ist, gell? Was? So, ich bin nach der Autonomie mit Power Boyder. Weil ich so laut bei dir bin, oder? Ja, du bist richtig laut bei mir grad auf meine Kopfhörer. Oh ja. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst auf die Mixer gehen? Du hast mir gar nichts gesagt. Ja, du sollst das mal Lautsprüche im Symbol rechtsklick machen. Hast du nicht? Ja. Und wer hat das zumindest ergeht? Er hat doch gesagt, du sollst auf die Mixer gehen. Was? Du ich? Doch. Dann bin ich halt taubend, auch okay. Hat wer? Du hast doch letztes, du hast doch vom paar folgenden Regentanz gemacht. Ja. Kannst du vielleicht auch mal einen echten Tanz machen, damit der Regen aufhört? Weiß nicht, was du nimmst? Was will ich auch kaum? Was? Das nächste Mal nicht, ich sehe, kann ich dir gehen. Was? Ähm, okay. Was willst du eigentlich? Ich sammel Holz. Sammel Holz? Und nein, ich nehme nichts Leute. Keine. Ich nehme nur Beine. Das kannst du bezeugen, oder? Ich äußere mich jetzt aber nicht dazu. Ich nehme nur Beine. Nicht nur Beine. Ach so, verstehe. Siehst du was noch? Ähm, was ich sonst noch nehme? Ja. Ähm. Ähm. Wenn du etwas sagen musst du nimmst. Was denn? Ähm, Wiener Würstchen. Ähm. 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 Sag mal. Ähm. Ja, das war das komplett. NAAAH! Waaah! Ich schwör's dir, Schreinerei, oder? Ich komm nach Deutschland. Es tut mir leid. Ich... Ich wär gar keiner von... von Bombs erquetscht worden. Er hat mich erquetscht. Ich, Ich אפ겠, oder? Ja. Ja? Na, schalb mal�uidle... Das stöpfe in Gebäude auch an... Ja. Wieso ist noch schon wieder aus? Ich glaube es nicht, du darfst in die Baum schon wieso. Es ist schon wieder aus, ich hasse es. Hast du nicht. Nächste Frage. Dich? Ja. Ich hasse dich nicht. siehst du ja es wäre einmal lieb zu dir in der aufnahme jetzt kann ich selber nicht mehr machen mit den lautsprecherding wie gesagt als willst du nicht in deutschland kommen wenn du taub ist ganz ganz ist die wahrheit dass ich ihn anfangen warte in der nacht in der nacht habe ich was vorwarte das will ich ja nicht wissen es kommt mir sehr zweitartig aber es ist nichts es tut mir in der seele weh aber ich muss das leider tun ich habe gerade ich habe gerade eine exe gefördert obwohl du eigentlich fürs fleisch machen zuständig bist hallo ich bin wieder da hallo ich habe noch fünf steine gleich liest im game was er darf es könnte geben wieso weil du doch immer so laut aber ich bin auch so laut wie trägt das glaube du brauchst neue kopfhörer wirklich ich weiß ja jetzt diese scheiß zeit eigentlich die nicht so schlecht meine kumpel verhältnis und mein handy kopf waren aber sind wir nicht gut gedacht ich habe keine anderen haben schon nur das knister das doch gemeint ist ja macht es aber auch wenn ich gleich mehr ja wirklich na gut dann was hätten dann kopfhörer oder streng genommen nicht oder für arzt ich schließe ich würde sagen meine ohren bluten dann haben wir können ja den trommelfelder würden aller höchstens platzen körperverletzungen beim aufnehmen weil der mister nicht auf mich hören konnte und ich auf mixen gedrückt was bin ich mixen oder wixen nicht mixen mixen laut stärker mixer oder so ähnlich heißt das ok gut zu wissen ich denke schon wieder zweitdeutig hilfe oder schlimm hallo nächstes mal schritt stärker mit ich bin wieder da ne was komm mal zu dir mit dem regen wird es immer schlimmer ach in regentanz hallo direkt am fahrzeug hallo weg da das ist es ist mein neuer lamborghini weg mit dem ok ich braun oh was ist denn das hier ich würd lachen wenn ich jetzt ne höhle hier oben finden würde bitte geh drauf ich soll euch drauf gehen erst willst du wissen wie dynamit funktioniert wie was funktioniert dynamit tnt das ist ein sprengstoff du sollst mich nicht in die luft jagen warum nicht weil du sonst ne achse im gesicht hast wie funktioniert das und fang auf also es kann auch sein dass man bei dynamit überlebt kann möglich sein warum nicht das hinter steckt doch nicht da retten kannibale rum tötet ihn tötet nicht so viel kannibale denn das kommt alles später zurück dann haben wir Probleme da geht da auch schlimmer hallo und wenn du schon machst dann nimm er mit dem bein mit der typ ist geil der geht da auch flicke rum du weißt dass ich das alles studiert hab der beobachtet uns holt später noch mehr wenn du dich tötest hallo was ist denn das tötet ihn sonst holt er noch mehr monster ne frau warte hallo die weiblichen sind selten yes komm her ja die haben schon fast keine weiblichen leute und du tötest die jetzt auch hallo das sieht schon nicht normal aus wenn du so weitermachst können sie sich nicht mehr gut so gut so ja ja hallo hilfe du bist misshandelt ja man ja die metall öffne dich der blende ja überlegen soll ich dir helfen du bist okay ich helfe dir ja schon ist ja schon gut komm jetzt stier wenn ich jetzt umsonste hinlaufen du ist jetzt schon eine leidenschaftsfreundchen du bist doch hol da hast du deine leiche holen was du magst ich will keine leiche wo willst du da beine ja den nehme ich von dir hol da ich weiß schon was von meiner folge machen was was den kopf einlaufen äh zu unseren alten dort wo das dort wo das dort wo das schiffswrack ist also nicht schiff aber wo dieses äh boot teil steht ne aha dort ist ne höhle und da können wir dann dieses ähm wasser luft teil als tauchgerät ja tauchgerät holen ah cool wir laufen in meiner folge dorthin und in deiner gehen wir da wahrscheinlich rein bei der europa wird wieder nur eine lauffolge so baumstämme 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 du 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 wie tief hast du das ding denn in dein ohr gesteckt das sind normale kopfhörer und steckst dein ohr fertig ich muss aufpassen dass ich nicht wieder eine falle auslösen auslösen bitte lauf der fall oder bitte wieso ich so ich will lachen was gibt's neu bist gemein und so ich baue hier nur gemütlich naja wer glaubt probier dir zu helfen wer es glaubt ja ja das 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 deine ohr noch leben das 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 wo die noch trächt juggle gemütlich noch im des willst du mich verarschen willst du mich verarschen ist das gerade ein raum ist das gerade ein abdruck wacht du heilige scheiße ist das dein ernst willst du da hochkommen ich habe echt das gefühl dass ich hier dass ich hier der 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 nennt man das dienst ja ich muss hier die tricks das spiel packt kann den baum stand nicht platzieren ich hab's geschafft warum lachst du jetzt schon wieder ich bin ich wiederum von oklas dauernd dauerhaft lacht oder dazu sage ich jetzt mal nichts jetzt mein bestes ganz großes kino ich weiß danke das sind waschbär und hasen ich hab dein kino ist er abzockt was ist abzockt ein kino ist abzockt was ich weiß mein kino ist abzockt und hier benutzt also zockst erlaubt wenn ich was benutzt und du ein kino aufmachst ja mit filmern so ja du zockst die leute abzockt oder so was mach ich denn du hast meine fallen und preis mein ohr was machst du weißt du was jetzt gut passen würde ich weiß was gut passen wird es wie zu post und du eigentlich was ja da macht das nicht ich wollte damit raus ich finde das problem ist egal kann ich bewegen ich bin echt gefangen aber also glück hast du was cooles dabei und ein hast du gehabt ich werde verhungern das glück gehabt leider habe ich glück gehabt ich kann helfen ja ich hab's geschafft ha 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 du willst du damit eine sekunde dachte ich das echte mit gezündet da ist der tipp wo ja 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 komm mal mit komm mal mit ja probier ich will noch sein komm mal mit komm mal mit ja kann man aufhören auf mich zu schlagen nein 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 was wissen wir jetzt hallo ja ich komm ja schon so du siehst es ein baum oder ja ich glaube da kann doch kein deutsch als baum schau schau er brennt ja wo brennt der baum oder hey wieso brennt der nicht mehr nein es regnet du was aus ups bist du ja auch ein vollhorst oder ey da mach ich ja mit was früder du scheiße ich hab mich getroffen wo ist der jetzt aua du stirb du stirbst jetzt du stirbst jetzt was ja da 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 weg da scheiße viel armen freundin ich glaube ich hab wirklich mein Problem wie bitte sie sich auch comme komm komm ja sie ist tot das gas geht weiter weg vom retten säge sie ist tot sie ist tot sie sie das bau wieder weg ok 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 jetzt jetzt geht es weiter nein ich warte nicht wie kann man noch mal tnt ich glaube gar nicht was kannst du auch die uhr nicht ich brauche aber ich habe ich habe keine münzen ich würde sagen das war es mit der stoff das macht mit der folge